Musik Halten Sie für den Ausbau des Montagesteckers Ihr Einbauwerkzeug bereit und entfernen Sie dann die Zugentlastung des Kabel. Setzen Sie das Werkzeug am Ende der Pins an und betätigen Sie dann den Schieber, um die Pins einzeln aus den Buchseneinsätzen zu drücken. Sehen Sie die Kabel dann nur noch an den Pins aufsetzen aus dem Steck. Musik 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 Musik